Weißt du was es gab, Alter? Ich bin nackt, der Bläder schmarrn. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Survival Games. Wir spielen hier auf der Map Survival Games 4. Wir rapped. Und hier steht der Endermap 29, mit dem wir spielen. Und der Style XX verdeckt ihn. Und jetzt geht's los, wir spielen zur Zeit. Ja, wie gewohnt, wie aus meiner Sicht. Und das ist mein Lieblingsbap und da kann ich einen guten Laufweg gegen den Laufweg. Ich mag's nicht. Ich habe an dir und an Eisenhelm. Also ist mir alles genau von der Nase weggenommen. Du warst das halt nicht bei der gleichen Kiste wie du. Hey, die gehen auch in unseren Laufweg. Nein, die gehen meistens links. Ne, der ist rechts, ich punch ihn weg. Endermap 13, um und punch ihn. Achtung! Das war eine Schwuckerle. Stimmt's. So, wir verfolgen als meiner Art. Ich wollte, ich will nicht ein, Alter. Nein, ich glaube ich rauf, Alter. Ne. 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 Le jagt's jetzt kaputt mit der Hand. Ne. 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 durch seine Kiste unten eine Kiste unten ist noch ganz hinten und da war ein Halsschwert drin noch in der anderen Rüstung Leder Schuhe das ist ja das weißt du es gab es sollte ich bin nackst der Bläser Schwerer Hand ich bin das Karte wenn ja alles bist du hier drin ein paar Hände hast du irgendetwas Schwerter so was ich hab nur ich hab Sticks wenn du willst im Notfall kann man sind mit der Mannschaften machen die es gar nicht so schlecht ich glaube die so gut wie eine Holzachse oder so alter die Gegner werden sich was denkt wenn wir mit Nadierschaufel auf sie gehen wir werden sie so verarscht fühlen da oben ist eine Kiste so glaube ich hier ist auch eine Kiste sehr gut ein Schandling Bottle brauchst du Schuhe ich hab Schuhe für dich ja hier noch eine Kiste Altersen da war schon wer scheiße schlecht ähm diese Kiste war glaubst du darfst nicht mehr er hat da draußen er war noch niemand draußen ist wer ja ich habe zum Waffen da und ich habe heute wird hier relativ wenig schaust aus aus bist du ich habe da draußen ist auf Falk für mich das tun guck mal das auch hier auch noch und hier war niemand ich habe ich habe heute wird für dich ja ja ich finde es läuft bietet mit wie viel Attacke die macht Volga also ich habe kein Essen mehr wirst du irgendwo essen no wenn wir nicht ja stimmt das Faktor ist wer er hat ein paar schwitzen sind zu zweitkampf der sich essen mit wo sind ja dann stattdessen das ist ja hier habe ich nur trug nicht sterben ja er ist weg okay passt und er hat es ein alter vielesige haben weil ich mich ich habe einen kick ich habe noch eine Karotte äh ich habe eine Rüstung ähm hast du schon alles ok und ich habe jetzt äh ich hab's noch einen Apfel so viel essen hat er auch wenn ich gehört ich hab voll schwer da ich hab steinschwert ja genau so regenerieren ja schau mal wen wo viel auf hier nie war das und du dich viel damit du wohnst das soll ich ja nicht aber ich guck mal hier sind sind doch oft Kisten bitte renne echt wo brauchst du essen m wohl verschwenderisch hohaha ha 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 substanz franz er ist in der Schwende die Handballsele ein ja das gerade so vor warum kennst du wir haben alle kein essen mehr da ist die kühe ja und ein schwein ja ja ich hab's geschafft aber wenn wir ins zweitens kommen zu haben hier kommt es hier wird zum nummer drin nur so wie er so so peinlich ich hab acht mal röse rindfleisch nicht mehr ich gebe fünf vier der Welt um zu tun und zu viel gegenseitig und mit ihr ob bei der umtreten da kommt er hat euch nicht mich ja wenn ich es nicht gekommen ich bin ich bin ich mich nicht nicht er hat bessere richtung hilf mir hilf mir ja da bin ich noch nicht belohnen ich treffe hier gleich aber ein halbes herz ich habe das hinterher mit einem schweiß rüstung hat sie vorher noch eisenbrustpanzer ja ich habe ihn verringert und viel bessere war wieder ja ich bin hinter dir ich regere mich gerade erst ich habe drei herzen jetzt erinnert ja oder ich bin so ich bin so ich bin dort ich habe ich bin auch nicht besser dran ja ja ich habe die ja ich habe ein stick kommt die man in dir kommt ja also hier so da kann ich dir geben rüstung ich habe zwei essen sehr gut ich hab ich hab bei sechs nichts okay schnell crafting table also ich mache mir was zu essen ist am spawn keine ahnung jetzt kommen wir sind etwas ausgerüstet da solltest so viel eisen haben ja ja habe ich ich habe ich habe sowieso zwei sind für ein schwert hier ist hier ist irgendwann oder dann hat in den häusern keine ahnung naja ich kann haben mich schon öfter gesucht oder ich guck mal hier oben hier ist es kann noch okay schnell weiter und die und also schwer die richtungsbau und riskieren wir es ja ok wo bist du kommt alter ne da ist einer drin oder am flughaften wo dieser flughaften nicht im kraften geben im haus ich kann mir gut vorstellen ja egal ich guck mal hier ist die kiste ja um aber das ist der Fall ist aber schon schnell zu sparen und er hatte Teil uns auf und sucht mal die hier ist ein stick danke aber er wird das ist schnell auf es geht ich habe weil wir und das möchte ja ich gehe zu sparen das ist hier ist einer hier ist einer da wo die Flugzeugfalle ist die Falle im Hangar da ist einer ich geh schnell zum Spawn nein hier ist so viel schneller alter ich habe ein Spawn ist wer ja dann kommt zu mir im Hangar die Falle was der Worte weiß wo man die Falle auslösen kann ich habe ich hab mit dir schwer schon ich hab ich hab's auch ich hab an der Sprecher doch geil 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 ich hab ein Schwert aus dir schwer ich hab Bogen aber ich hab auch Pfeile hier weil ich hiebte den schon ich glaub ich mach den sogar noch vor dem Bett hin die Eisenbrustpanzer geh ich da jetzt rein oh scheiße es geht los oh Alter wie schlecht ist der dran das ist unser einziger Gegner ich bin eher weil ich den anderen Folge runterflütteln äh lass mich halt lass mich kurz noch regenerieren die Beine ja wir haben gewonnen ja wir haben gewonnen lass mich regenerieren Leute lass das ist dir schwer scheiße ich muss regenerieren wir regenerieren uns beide komm hast du überhaupt Schaden bekommen? naja wenig ich hab aber bei dem Kampf aller das ist dir schwer das ist ok geht's? jeder geht auf die andere Seite äh geht's? ja 3, 2, 1 3, 2, 1 ich bin zu äußern 3, 2, 1 3, 2, 1 Alter mit deinem Scheiß nicht herlaufen du Noob voll Noob, oder? ja das ist das Tierschwert kommt du geiler Cheater nein ich hab keine Pfeile mehr ja keine Chance kommt dir Schwert Scheiß Unfierd yeah gg danke ja ähm ja war eine geile Runde ja ich hoffe sie hat euch gefallen und ja tschüss 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 tschüss